Gott ist das leicht. Ah, Mann. Fast. Ach, das ist zum Kotz. Echt. Und ich hab das Gefühl, ich mach es falsch, weil ich Yoshi mitnehmen muss. Falls ja, dann bin ich am Arsch. Ich hab das Gefühl, ich muss das nicht mehr nehmen. Auf ein neues. La, 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 ich versteh leider kein Japansch. Oder Chinesisch. Oder das. Ich find das sowieso alles das gleiche ist es zwar nicht, aber egal. Ja. Nein. 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 Kann es nicht. Er kann alles aufessen, glaub ich, außer... Äh, diese Riesenstein... Er kann nicht die Riesensteine... Ich glaub die Feuer, die Feuerbälle hier kann der... Ah, den hab ich vergessen. Die kann er aufessen. Die kann er aufessen. Die kann er nicht. Er kann selbst... Joshi kann selbst die so Dinge, die aus der Lava kommen, essen, ne? Warte, einen Moment mal. Kann er die hier essen? Was? Ich bringe nicht alles, was nachfetzt. Nein, kann er nicht. Er kann fast... Er kann fast alles essen, außer diese komischen Steinblecke, glaub ich. Du müsstest mal sehen, was ich hier grad mach. Das ist... Gottlike, echt. Ich will's gar nicht wissen. Ganz ehrlich. Och Gott. Ich weiß gar nicht gerade, wie viel du eigentlich laust. Ich laber nicht, das ist wirklich so. Nein, du redest so viel, die ganze Zeit. Ich red doch nicht viel. Klar. Wenn du dich mal hören würdest... Ich redet überhaupt nicht viel. Wenn du dich mal hören würdest... Oh, Yoshi. Oh, Mann. Sag im Gegensatz, also, wenn man das jetzt mal vergleicht, ich und du, wie viel ich gerade rede, und wie viel du dann... Äh, ja, dann hab ich gar eigentlich so gut wie gar nichts gesagt. Es gibt welche, die reden mehr. Ich hab's erzählen. Das nehmen wir nicht auf. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich mach nur dieses behinderte Level hier. Und das... Bam. Das ist zum Kotzen, was ich gerade mach. Ja, mach es nicht. Aber jetzt hat mit Kaiser Mario angefangen, es muss auch zu Ende bringen. Ja, mach ich auch. Ah, nein. Nein. Ich kann nicht aufnehmen, während du aufnimmst. Da muss ich wenigstens aus dem Gespräch rausgehen. Ich glaub nicht, dass es toll ist, dass man beide ein Video hört, was wir nicht zusammen machen. Das ist nicht gerade angemessen. Oh Gott, ist das schwer. Und das leckt. Wieso fällt der Stachel da schon runter? Kann der mal ein bisschen... Hä? Wieso fällt der denn jetzt schon runter? Der nicht nochmal spät da runter? Hä? Hä? Wir müssen unbedingt unser Let's Play Together mal weitermachen, ey. Wir sind gerade voll vernachtlässigt von uns. Oh, wie soll das gehen? Oh, scheiße. Der Stachel fällt da sofort runter. Wie soll das gehen? Ich hab's doch eben auch geschafft. Eine Runde warten. Eine Runde warten? Ja. Der Bildschirm drückt mich weg. Egal. Fass drauf. Eine Runde warten. Bestimmt. Ja, ist doch so. Warum denn nicht? Ah, meine Hände tun weh. Okay. Mir tun auch weh. Das ist nur deine. Was glaubst du, was ich hier gerade mach? Pff, interessiert mich das? Meine Hände tun auch weh. Was denn? Rrrr, Level spielen. Und welches? Uncle Mario. Uncle Mario. Das kenne ich. Ich hab mich schon gespielt. Was ist das erste Level? Das ist auf jeden Fall einfach, das weiß ich noch. Ja, das ist einfach. So. Savestates braucht man trotzdem. Ich hab's auf dem, äh, Dings gespielt, ähm. Auf den V1.2 oder 1.1, was das da war. So. Konnt ich keine Savestates machen. Ja, da war's auch scheiße. So. Auch gerade keine Savestates hier. Eigentlich grad nur... Just for fun. Ich kann nicht den, darauf... Warte mal... Nein. Nicht den nicht auf den... Oh ja, Z-Trak wird sich freuen! Z-Trak wird sich freuen! Z-Trak wird sich freuen! Z-Trak ist... Z-Trak ist... Z-Trak ist... Z-Trak ist... Rave, nur zur Info. Oh, Mann. Hahaha. Ja, es kommt davon. So fällt dieser scheiß Stachel immer dann runter, wenn ich ankomme. Das geht doch gar nicht. Leute, ich melde mich wieder, wenn ich das Level geschafft hab. Bis dann. Fuck.